Jetzt ist es raus! Kabel 1 macht eine sensationelle Verkündung um die Reimanns. Seit Jahren begeistern Conny und Manu Reimann die TV-Zuschauer. Vergangenes Jahr zogen sie mit ihrer eigenen Sendung zu Kabel 1 um, doch mit genauso viel Hummeln unter dem Hintern. In den letzten Folgen fuhren Manu und Conny mit einem Wohnmobil durch die USA und besuchten eine Rentsch mit Viehbetrieb. Außerdem erneuerten die beiden ihr Ehegelübde nach 20 Jahren. Doch seit dem Staffelende im Januar ist es ruhig um die Kult-Auswanderer geworden, bis jetzt. Conny und Manu Reimann feiern ihr Comeback. Sender Kabel 1 verkündet jetzt, dass Willkommen bei den Reimanns am 19. November startet, immer sonntags zur Primetime um 20.15 Uhr. Damit müssen die Fans doch länger auf Nachschub warten als angenommen. 2022 flimmerte die Herbststaffel schon ab Ende September über die TV-Bildschirme. Worum es in den neuen Folgen geht, das will Sender Kabel 1 noch nicht verraten. Manu berichtete erst kürzlich, dass es für Dreharbeiten an einen geheimen Ort geht. Danach veröffentlichte die Blondine mehrere Beiträge aus einem Hotel am Sunset Strip in Los Angeles. Was sie dort getrieben haben? Streng geheim. Doch für Manu und Conny steht in nächster Zeit noch mehr auf dem Plan. Ab dem 24. Oktober touren die beiden mit ihrem neuen Buch Manu und Conny Reimann. Wir haben uns unser Leben gebaut durch ganz Deutschland. Die Sabbelstunde startet in Offenbach. Dann geht's weiter nach Hannover, Bremen, Hamburg und München. Wir freuen uns sehr, endlich wieder live in Deutschland unterwegs zu sein und unsere Fans persönlich willkommen zu heißen, sagte Conny bereits gegenüber Sender Kabel 1. Gut möglich, dass der Deutschland-Trip auch in ihrer Sendung eine große Rolle spielen wird.